Du musst nicht gut bewacht sein, du musst nur schneller rennen als deine Freundin. Hallo und willkommen zurück bei Arc of the Playstation 4 und heute werde ich mit dem Acer und dem Chappi in eine Hülle gehen und wir schauen mal, die haben sich eine Hülle ausgesucht, wir sind vorbereitet und fliegen dann gleich mal dahin. Will ich immer mitnehmen oder soll ich selber fliegen, oh Gott? Nimm dir selber. So, hört ihr den Fernseher immer noch? Ich glaube nicht. Nö. Ja, weil der hat ein besseres Mikro, abgeschirmt da. Also wieder nehme ich einen Luca Transport? Nee. Nee, den nehme ich nicht. Batman oder Albatross? Ist halt Luca wieder eine Ausweite, was anderes zu nehmen. 起From Pri attraktiviert bei Spante. Aus meiner eigentlichen? Nee mein, das. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie deiner heißt, ne fairness. Nee, ich hab meinen Neon benannt. Ich bin dann, hat er jetzt wohl nachbringen. Bètres, ööö listen. So qué mitnehmen? Was mach ich denn denn? Nein, jetzt bin ich zu früh abgeschmissen. Scheiße. Ich wollte Tor zu machen. Der Held vom Erdbeerfelder. Ja, guck mal, das ist so schön gemacht. Da muss ich raus watscheln, schlag ich ab, mach ich zu und fliegt weg. Also irgendwie sieht Batman immer voll blutüberströmend aus. Das ist Tarnung, dass die Feinde nicht bluten sehen. So, wer fliegt vor? Wer weiß wohin? Du weißt wohin. Archie! Auf geht's! Attacke! Ich weiß nicht, was uns erwartet. Der Tod. Das habe ich mal nicht. Dann gehe ich wieder. Der Tod wird auf uns... Auf uns warten. Hat jeder von euch zwei Feldflaschen? Ja. Ja. Guck mal nochmal nach, bitte. Ich glaube auch, dass ich beide voll habe. Warum? Weil ich habe irgendwie jetzt drei in der Tasche. Ich habe zwei. Ja, eine ist meine. Wie bist du an meine gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich auch gerade. Der stibitzt aus einem Sammler. Du kannst mir gleich gehen. Ich denke gerade, hä? Warum habe ich da noch mal eine in der Tasche? Ah, Mann. Ah, Mann. Arti Langfinger. Ah, Alter. Ihr seid mir Helden. Kann ja nur beim Befüllen passiert sein. Ja, wahrscheinlich. Da habe ich gedacht, ich habe sie genommen, weil sie verschwand und du warst schneller. Es ist Luca gar nicht ohne, das wundert mich. Ist doch schön ruhig. Ja. Ja, ne? Ich genieße das. Komm, du fühlst dich doch auch so wie so ein Vater von ihm. Ja, ich weiß nicht. Den möchte ich nicht erziehen, das ist schwierig. Luka, das meint sie nicht böse. Doch. Doch. Ach, so. Komm, komm weiter. Ist das der Stresshaufen? So, fertig. So, so, so und so. Lolo. Lolo. Heute sammeln wir Fischstroh. Wir müssten gleich dauern. Gleich dauern. Ja, ja, ja. Besten Karte öffnen? Ach, da sind wir. Wenn ich was sehen würde. Ich wollte gerade sagen, die Eier ist da ganz schön rum. Ja, die Sonne blendet. Ein betrunkener Pilot. Ein betrunkener Pilot. Juhu. Der Pilot, der Vogel ist betrunken. Ja. Arty hat übrigens letztens sein Bier weggesoffen. Und mich hat er angestiftet mitzusaugen. Er hat wieder den Hals nicht voll gekriegt. Er hat noch eins getrunken. Oha. Mhm. Mhm. Er hat mir in der Kohle mittel reingedrückt und er umgekippt. War ja klar. Ein wahrer Besoffener. Solange du nicht wieder beim Zähm einschläfst. Er hat mir verboten mit verdorbenem Fleisch zu füttern. Ach, hier hinten. Oh Gott. Oh Gott. So. Äh. Auf Passiv stellen oder neutral? Ne, neutral. Neutral. Neutral, ne? So. Hallo, du sollst nicht passiv sein. Hast du ihn umgestellt? Pinky oder was? Ne, mein. Ach so. Deiner ist neutral. Der ist neutral. Okay. Jaja, sollte eigentlich alles passen. Und der hat eine hingebaut. Der hat einer was hingebaut. Ein Bett und alles. Hä? Den würden wir vielleicht auch mal hinmachen sollen. Wir sitzen ja erst so schnell. Okay, sag mir jetzt nichts. Mehr auch nicht. Jetzt fehlt Luca. Den müssen wir eigentlich vorschicken. Geh mal gucken. Boah leck. Ja. Ja. So, was ist an der Höhle besonders? Oder was könnte vorkommen? Keine Ahnung. Happy war hier drin. Cool. Alter, das trinken geht er jetzt schon runter. Ja. Ich war nur bis hier. Ab hier weiß ich nicht. Super. Ja, da vorne ist fett Lava. Alter geht das trinken runter. Und ich habe den Hitze-Buff. Oh ja. Da reichen ja niemals zwei Feldflaschen. Ne, wenn das so schnell geht nicht. Aber Arti war ja auch nicht weit da. Genau. Oh, wie ein Fan. Dann hält es ein bisschen länger. Ja, ich habe es wieder verpeilt. Ist das spezieller Stein und das ist nur die Beleuchtung? Oh. Okay, so. Spezielle Beleuchtung. Mit Teil hier reinzugehen ist auch nicht so klug, ne? Mhm. Sieht cool aus. Das ja. Aber sieht auch ruhig aus hier. Sehr ruhig. Hier kommt von all der Viecher raus. Na, ihr könnt ja haben das hier nicht viel rum. Da ist was ja, eine Fledermaus und ein... Hä, was machen die denn hier? Die? Was machen die Spucker hier? Okay. Tun wir auch nichts. Okay, damit komme ich überhaupt nicht ran. Ah, jetzt kommt sie. Alter, wie leiden die denn aus? Droppen die mir nichts, was schön ist? Nö. Okay. Oh, links ist ganz viel. Und Aua, wie lange... Wow, spinne hinter mir. Oh, die kam aus der Wand. Alter. Alter. Das war unfair. Hast du... Hast du Stimber? Äh, nein. Alter. Alter Schwede, da hätten wir einmal Granate wärmen, wo die ganze Strecke hier ist, voller Viecher. Ja. Ja, ein Raketenwerfer... Ach du Scheiße. Alter. Alter, was zur Hölle. Das ist aber auch verpackt. Erstens, wie los. Da kommt alles gleich. Alter, wie viel sind denn da? WTF? Machen langsamen Rückzug, genau, nicht? Ja, ja. Ja, ja. Äh, bei mir ist grad Standbild. Ja, bei mir auch. Ach... Jo, genau, wahrscheinlich! Och, du Kacker. Alter, wie viel, ey. Was zur Hölle? Oh, scheiße. Ähm... Das ist doch nicht mehr normal. Wie viel Munition müssen dafür ausgeben? Oh, 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 oh. Ich hab' vergessen, dass die ja spucken. Können aber nicht hinten runterfallen gerade, ne? Ich hoffe mal nicht, dass ich da auch nicht guck. Oh, wieder lag. Jetzt lag's. Jetzt lag's wieder. Das leckt ja. Das kacke. Oh, oh. Ah, yes. Woah! Sofie, wieder mitten in den drin, ne? Boah! Ihr solltet auf... Ihr solltet auf Pistole gehen. Die ist echt... Die ist echt gut. Hm. Naja, mein Schafspieler ist jetzt doch... Warte, das noch mal. Einer. Wenn ich mich nicht treffen würde. Bobby, hier tu dir mal... Das finde ich ein Teil für mich. Hier. Hier. Ja, danke. Das hab ich voll verpeilt. Das kräuchten Fläuchten da noch rum. Das Skorpion, wollen wir den lieber töten? Wow. Oh, jetzt sind die Flugfläche auch noch da. Ähm. Hallo, lad nach. Kackkacken-Narre. Hm. Da. Da. Ihr seid so ruhig. Das irritiert mich so. Hast du noch welche? Ja, so eine scheiß Fledermaus. Warte mal. 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 Schon Munition sparen, ey. Wie kann die alles hier verbrauchen? Au, immer noch? 273 Schaden haut die raus. Ja Alter, wer trägt doch jetzt dein... Alter, das Vieh ist ja abartig. Komm her. So. Alter. Alter, mein Scharfschützengewehr ist schon fast am Arsch. Wenn die los. Bin gerade fast am überlegen, kurz raus zu rennen und noch mal schneller mehr zu trinken. So, hast du schon so viel verbraucht? Ich habe nur ein Drittel. Ja, ich habe natürlich noch meine Wasserflaschen, klar, aber... Ja, aber du brauchst nur ein Drittel der Flasche. Okay, gut. Au! Ich wurde... Was? Ich wurde eingesponnen? Ja, da war eine Spende gerade. Gott. Mann, ich war zu selten in Höhen bisher. Das ist das Geile eigentlich hier in dem Spiel. Ja, ja. So, hier, Pfeile. Äh, wie soll man da an das Ding da kommen? Rezept. Äh! Guck mal, links da oben. Ja, mit den Enterhaken. Na, super. Alter, falsch. Ja gut, das ist nicht die richtige Torte. Das war denn ja mal ein kurzer Ausflug, wenn es dumm läuft. Da haut sie wieder Spinnen und alles. Und alles? Ja, alles. Das war alles. Ach so, das war's. Da piek ich euch fast. Nee. Okay, da sind wieder rechts und links Fledermäuse. Oh, dieses Gewehr, ich kräfte damit nicht. Oh, was ist denn hier unten? Achtung, hier geht es richtig weit runter. Wow, wow, wow. Ja, ich fahre. Warum kommt hier oben? Kommt die Spiele aus der Wand raus? Geh mir doch nicht auf den Kranz. Okay, meine Flakstiefel sind schon Schrott. Ohne Witz. Das ist scheiße. Na, da hinten kommst du nicht hin mit der Pistole. Aber wir haben ja eine Sniper mit. Tu mal kurz die Taschenlampe auf. Ja, dann geht's mit der Plinte nicht weg. Na komm. Na komm. Nachladen. Genau, geh auf, Artie. Sehr gut. Komm her, lass uns spielen. Boah. Alter, hat das Ding mich geschubst oder ihr? Wir können dich eigentlich nicht schocken. Ich bin so nach vorne geflogen gerade. Schon ein bisschen Pippi. Oder ich hab dir einen. Komm mal her, ich hau dich mal mit dem Schwer. Nein. Alter, hier muss man nicht vorsichtig rüber gehen. Bobby, nicht rennen. Hä, hä, hä. Was? Waaah. Könnte ja auch sein, dass dann irgendwie ein Leck dich darunter feuert. Das wäre ein bisschen scheiße. Alter, ich schreck mich doch nicht. Oh. Wow, 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 wow. Ja, toll, super. Ja, genau, jetzt ist die Nacht. Okay, so schockt. Alter, wie viele Fledermäuse sind da? Mhm. Nee, komm nicht an. Die würde ich am liebsten eigentlich nur mit dem Schwert töten, um Munition zu sparen. Da guck mal, was machst du denn hier? Äh. Ja, zwei Deck. Ganz eine Menge. Ah, Spocker. Ja, dann trifft man wenigstens was, wenn man schon nix sieht. Oh, da hinten sind jede Menge Spinnen. Äh. Zwei. Zwei zumindest. Und da kommt auch schon eine. Na, hört schon mal. Lass sie kommen. Was mache ich denn hier wieder? Lass sie kommen. Was ist das für Gewehr? Ich brauche ein besseres Gewehr. Blinte. Nein. Nein, jetzt hat sie... Er ist aber tot. Ah. Hier sind wieder nervige Dillos. Die haben auch immer mal Stimmenbehren dabei, ne? Nur mal so am Rande. Dann kann man seinen Vorrat auffüllen. Oh, Kochrezept, Medizinisches Gebräu. Ich würde nicht da kämpfen, wo es so eng ist. Ja, ich guck nur. Lassen Sie hierher ziehen. Ja, wir können auch hier... Ja, und... Da, da, da... Ah, ihr macht das schon. Ohohoho, kurz vor uns. Weil heute sitzt gesehen. Ja. So, der hat den Inventar... ...nuch gescheitert. Ich wollte den Kopf treffen. Au, au, wird betäubt von Skorpion, der kam hinter mir aus der Wand raus. Wie kommen wir zu euch? Ja, nimm die Finder. Scheiß, wie alt, voll aus der Wand. Das passiert aber öfter, ne? Nur mal so. Ja, trotzdem, besonders hier, jetzt, an der Position, wäre das echt scheiße. Und ich hoffe, wir können die da links einfach mal ignorieren. Das glaube ich eher weniger, aber man kann es ja versuchen. Und das wieder ein Haufen Dillos und ein Skorpion. Hoffentlich sind das auch alle. Ich weiß es nicht. Äh, da kommen noch mal zwei. Drei, vier. Äh, ich hab grad ein Monsterproblem. Mein Snipergewehr ist auf, äh, ich seh kein grünes mehr. Oh, ich bin blind. Ja, flieg runter, flieg runter, du Kacklingel. Komm schon, komm schon. Was willst du noch aushalten? Hast du sonst kein Gewehr dabei? Naja, ich hab nur die Revolver dabei. Ich hab auf alles geachtet, außer auf das. Was denn? Auf die Heidbarkeit von meinem Sniperding. Ach. Der alte Trigger. Aber die Sniper, die sind bei mir auch groß. Der alte, die sind ja zwei. Zurück. Oder ich geh zurück und die attackiert. Ich geh mal. Muss man ein bisschen Leben hier haushalten. Hui. So, ich hab nur noch halb ein bisschen Leben halten. Oder Wasserverbrauch geht eigentlich, finde ich. Na ja, wenn eine Wasserflasche ist, kann man schon was schon alle. Na gut, ich hab auch mehr an Resistenzen gesteckt, ne? Du wahrscheinlich nicht. Nö. Und ich muss gleich echt, äh, mein, wow. Ähm, ich hab noch ein Drittel Leben. Einfach einfach mal reinhauen da. Ich regenerier' nicht, das nervt mich grad ein bisschen. Das zieht wahrscheinlich die Hitze. Die Blau noch ein bisschen mit Leben ab. Ja, ein bisschen Kacke. Alter, da ist wieder so eine ganze Horde. Kannst du da noch kämpfen? Ja, ein bisschen. Ja, aber die solche, wenn halt, kunst. Drittel Leben und das Blut zeichnen um mich herum überall. Huch. Oh, da kommen sie. Ja, ich hab auch nur noch alles Leben. Oh. Pass auf, wenn ihr rückwärts geht, dass ihr nicht abstürzt. Dreht euch um. Au, ich häng' fest. Ich glaube, ich muss kurz mal, eigentlich muss ich kurz raus. Weil das, also, Drittel Leben. Ja, schön abkühlen mit Barfuß am Strand. Nein, lauf nicht weg. Ich soll kommen mega lontan. Und weg ist er. Hallo. Oh, fuck. Na, die Lächse sind gerade wieder übel. Wenn das in der Höhle passiert, ist scheiße. Also, Ralf, dass du an auch so einen schönen Strand dein Kackhaufen einfach liegen wirst, das finde ich schon frechert von dir. Der Strand ist so schön aufgeräumt und da steht einfach ein Kackhaufen mit Schapall hier drauf. Warte, wie wartest du? Du musst nicht gut bewachtet sein. Du musst nur schneller rennen als deine Freundin. Sehr nett. Ihr wolltet mich doch die ganze Zeit. Da sind schon wieder zwei. Mit dem Schwert, oder? Die gehen mit dem Schwert. Das ist echt monischbar. Wenn ich mich treffen würde, dann wäre es natürlich auch genial. Wow, zwei? Ich sehe nichts. Ja, ich auch nicht. Das soll auch so der Nutzweif. Das ist schön, wenn ich wieder was sehen könnte. Danke, danke. Ah, da. Oh, ich sehe gleich wieder nichts. Ich bin ja einer Lava. Ernsthaft? Och, nö. Die haben mich runtergepackt, runtergeschubst oder was weiß ich, keine Ahnung. Scheiße. Scheiße. Die besten Idee war das mit dem Schwert. Ich hab ja nicht gesagt, ja, jetzt bin ich wieder schön. Ja, einfach schauen, dass wir schnell das Artefakt holen und dann wieder raus. Macht ja keinen Sinn jetzt. Ach, kacke. Du, okay, das heißt jetzt nicht, dass du rennen musst. Natürlich. Okay. Uuuh, uuh, 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 uuh. Scheiße, ecke. Oh, was wollt ihr denn hier? Nur hatte ich mal ne Fake Flasche. Tja. Schön war's. Du hattest sogar zwei, jetzt ist mein Dings kaputt. Mh. Mein Snipper. Da kommt wieder einer. Da kommt wieder einer. Da kommt wieder einer. Mein Snippergewehr ist kaputt. Das macht nichts. Oh, ne dreckige Scheiße hier. oh die ecke hier so kacke ja beim ersten mal waren wir schlauer da haben sie zurückgezogen auf das plateau das war dämlich tut mir leid ach du schande ach du kann man hier nicht außenrum das kann ja dann haben wir wieder eine bionic rüstung nicht überhaupt gott ein bisschen hell das kann man mehr du kommst da direkt glaube ich dran alles einiges und mehr schweinchen da irgendwo ja kommt von hinten dran aber das ändert nicht viel wobei du kannst du hierher ziehen dann geht das einigermaßen ja wenn ich sie sehen will was sind die denn ich sehe die gar nicht mehr äh einer ist hier ok was 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 woher kommen die hier von oben von oben von oben alter alter ich geh zurück ich will nichts mehr ich auch nicht ich schon gar nicht ich halt einfach nur rein gerade ich komm einfach mit dem schwert drauf ich hab gleich keine munition mehr hat noch 7 Schuss ja ich komm einfach mit dem schwert drauf wow oh Gott ja ich wollte ein bisschen weiter weg sein damit ich was sehen kann die kam von oben hä wir packen da einfach den Deckel darunter alter alter das geht mal gucken aber hier ist ja da müssen wir rüberspringen habe ich kein bock drauf ach du scheiße geh mal wieder zurück Gioranimo oh ernsthaft ahelta da ist noch mal eine Trophäe also ein kleines Ding jetzt natürlich die Frage wow 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 scheiße Fledermaus bei mir ich komm mal zurück zu dir was bist du? ich hab noch 6 was guckst du ihn jetzt ach da ja kamst du da rüber? ich bin rüber geschwungen ja oh Gott die 2 Wiener oh alter was ist knapp ja gut dann hol du den da mal raus ich spring da jetzt irgendwie auch nochmal rüber ach das war noch nicht mal der Richtige den ich gesehen habe ups ah das gewalt alter ich weiß nicht wie ich da ob ich da wieder zurück das war gerade aber auch so zu zweifeln ich habe einen anderen Weg hast du einen anderen Weg? da ist der da ist der Sprung nicht so weit aber ich weiß nicht ob der Weg da bessere ist weil da hinten ist richtig was los äh der Ende hinter Lava scheiße bist du auch tot? nein ich bin nicht tot aber ich ich kack mir hart in die Hose Alter Attake Boah ich hab's geschafft jetzt müssen wir schnellstmöglich wieder raus hier warte hier hast du den Artefrag ja genau gerade ich ja dann nehme ich nochmal eine Rinder. Artefakt des Gewaltigen. Guck da ist er schon wieder. Geh weg. Ich steh mir ja nicht im Weg, ich sag's dir. Zack. Zack. Das sieht immer so knapp aus, ey. Weißt du was? Ich renne da kurz rüber, hol das Ding und dann rennen wir von der anderen Seite wieder weg. Wegen dem Parasaurus-Lattus. Dein Ernst, jetzt sehe ich nicht. Ja, du bist echt ein Witzbold. Soll ich dir jetzt hinkommen oder nicht? Ich sterbe gleich. Komm mal bitte. Oh, hier ist eine Lava. Komm. Lauf zurück, ich komm, ich komm, ich komm. Oh, du bist witzig, jetzt bin ich bei dir. Ach, du bist schon da. Oh, dann mach ich auch mal. Alter. Oh, hier sind... Jetzt müssen wir aber schnell raus. Oh. Geh hin. Ah, jetzt kommen wir hier lang. Trotzdem fu- Oh. Ähm. Okay. Oh Gott. Ich will nicht. Warte. Ich hab Schiss. Ich hab so ein Schiss, wenn das nicht läuft oder so in dem Moment oder irgendwas. Schau sie hier, ich verreck gleich. Was? Nein. Kommst du? Ja, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Hopp, 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 hopp. Auch so, auch so. Oh nein, Achtung, hier aufpassen wieder. Ja. Ja. Hey, 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 hey. Ich bin ja nur zuweiter. Oh Gott. Ach ne, nö. Tschüs. Einfach bis. Ja, ja. Einfach bis. Ging das hier rechts hoch? Ja, weiter, weiter. Hallo, tschüss. Scheiße Ausdauer. Genau vor dem scheiß Licht. Schaffst du das? Ja. Gut. Hopp, 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 hopp. Und da geht's raus. Na, da geht's raus. Yay. Wir haben es geschafft. Wollt ihr nochmal rein oder war es was? Hiermit verabschieden wir uns von der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. In der Bewertung würde ich mich freuen und ich sage, mach gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.